Yes! Nuketown! Mein Kackili! Oh mein Gott, das ist auf der Aufnahme! Da spricht das 6. Bier aus mir. Ich schlage derzeit ein Video hoch. So, du auch. Aber ich hab nen Punkt. Ihr merkt Leute, ne? Ihr seid alle immer voll im Hochladen-Modus mit am Stüssel. Ja, ähm. Oh, die Schockladung wollte ich eigentlich gar nicht da hinwerfen, aber... Fuck! So. Nein! 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 Oh Gott, oh Gott. Da sterben die alle von meiner Hand. Dumme Nutten. Junge, wir zocken so oft Nuketown mittlerweile. Ist echt brutal. Scheiße. Ich hasse Nuketown. Ja! Hahaha! Leute, das musst du mal im Video gucken! Da sind so ein Typ die Treppe hochgekommen, stoßen gegeneinander, checken nix und dann knallst wir beide ab. Ja, das soll weh tun, wenn ich schreie, wenn du schreierst. Ähm. Ähm. Oder so. Nein, das soll dem weh tun, wenn ich schreie. Den Gegners. Den Gegners! Äh, 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 wo sind die eigentlich? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Du kannst deine Internetgeschwindigkeit rosteln. Ja, und einstellen. Ich hab das jetzt mal verringert. Ich hab mal Google Chrome ein bisschen weniger, äh, Ressourcen gegeben, damit meine Playsee mehr hat. Deshalb kannst du mich jetzt wohl besser hören, weil meine Verbindung stabiler ist. So. Das kann sehr gut sein. Das zweite mit Mikrofonpegel, um das mal, um das mal, sorry, ich hab grad einen Doppelkill gemacht, um das mal auszuführen, wenn du beim Mikro- oder Pegeltest machst, versuche normal zu reden, so wie du normal auch reden willst, und stell das Mikro so ein, dass der Pegel genau grün bis gelb ist. Weißt du? Also nicht nur grün, sondern kurz vor gelb ist. Dann bist du laut genug. Alter. Guck mal, guck mal kurz in die Statistik. Ja, ich hab's schon gesehen, du bist ein verdammter... Ich glaub, das liegt daran, dass ich mit euch... Ich glaub, das liegt daran, dass ich mit euch rede und dadurch total entspannt bin. Einzige, was ich heute nicht bin, ist total entspannt. Weil... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Hehehe, ich hab ne Hellstore eingesetzt, das war geil. du hast eine helft vom grad ja ich hoffe ihr genießt meine drohne ich glaube ich finde eine drohne ist die überlebenswichtig ohne willst für die map braucht keine sprengladung oder sowas hier einfach granaten die du so wild in die mengen werfen kann es ist gut unterhalte mich weiter wenn ich rede bin ich besser warum sind diese nutten eigentlich immer da meine fresse mir so tierisch auf den keks richtig schlecht richtig schlecht aber juckt mich nicht weil ich habe keine ahnung wie ich in der ersten helft dieser partie so abgegangen bin ja keine ahnung ordentlich was ich jetzt auf jeden fall machen werde verdammt 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 ich bin so aus von tot ok die sind tot ich bin tot oh mein gott das wird so ein geiles video sorry für für eigenlob nein mann hier fliegen die leichen auf mich zu die leichen fliegen auf dich zu wie bei wie in einem bestatterhaus in einem bestatter haus machte die bei einem bestatter komm jetzt nicht mit dem mann wo war ich schlecht guck mal wie ich war sei froh dass aus meiner perspektive gefilmt wurde aber warte ich muss meine freundin ich habe 9 zu 15 liebes freundin ich gerade getötet 23 leute er läuft bei mir ne und warum war das video so gut ich habe richtig gekillt ich habe mich nicht